Als ich gekocht habe, habe ich durchgebrochen und durchgebrochen. Ein ganz viel Tummel ist weg von dem Mashiach. Ich werde mich helfen, dass ich mich auch mit dem Wohr helfe. Ich werde die Zeit von der Gülen. Ich hoffe, dass ich mich zum Mittag hinzufüllen. Berupt Lechayim, L'Chaim, L'Chaim! L'Chaim, L'Chaim. ata L'chaim, chsidim, l'chaim. Hey, Yohi said, 120 years ago, the Rebbe's neshama came down in this world through the city of Nikolaiv. We're going to start off the Fabrenian with the chsid-e-shinigin from Rebbe Osher Nikolaivir. Everyone, Tuzamin, with the great band that we have here tonight, Tuzamin, zingin the chsid-e-shinigin from Rebbe Osher Nikolaivir. Thank you. Chsid-e-shinigin from Rebbe Osher Nikolaivir. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 As we are all being choyig together, I want to share with you a story that I heard recently, which changed my perspective on the entire Yudalef Nisan. There was a very gishmaka Yid, but a simple Yid, and he came from Russia, and his name was Rebdovid Tsilkashvili. Rebdovid Tsilkashvili came from Russia, and he had Yechidus with the Rebbe. In the middle of the Yechidus, he told the Rebbe that, Rebbe, we shear birthdays. So the Rebbe said, what do you mean we shear birthdays? He says that I was born Yidalef Nisan Tofrei Samach Beis. That the Rebbe was born Yidalef Nisan Tofrei Samach Beis, and he was born Yidalef Nisan Tofrei Samach Beis. So we shear birthdays. So the Rebbe looked at him, and the Rebbe told him that if so, our nishamis are connected. If our nishamis came down to the world the same day, it must be that we are connected to each other. So the Rebbe stood up, went around the table, and danced with him in Yechidus a few minutes. He said, I want to dance with you to celebrate our sheared birthday. And in the Rebbe's Cheder, our Yechidus, they danced, the Rebbe and the simple Chassid, who was born Yidalef Nisan Tofrei Samach Beis. If we think of Yidalef Nisan as the Rebbe's birthday, it's a gewaldi Kazach. But if we look at Yidalef Nisan as our birthday, that we shear birthdays with the Rebbe, and that this day we were born, that this day that we get connected, yeml tsegara amdre simcha, yeml tsegara amdre simcha, yeml tsegara amdre simcha, and a whole different way. There were a lot of people that came into Yechidus on their Yeymalades. This Chassid came into Yechidus with the Rebbe's Yeymalades. If we shear birthdays with the Rebbe, if that's how we feel about Yidalef Nisan, yeml tsegara amdre, Yidalef Nisan, it's a whole different avoido. And when we celebrate the 120 years, and I want to speak something that maybe surpassed Nish, but I want to share with you all a story that I had recently with someone that's not yet a Lubavitcher Chassid. And this person told me that Gershin surpassed Nish for Chabad to celebrate 120 years. I said, why not? I thought he's going to say for someone that's not living 120 years, he shouldn't make a celebration. That's what I thought he would say. But this person told me, he says, when you say that the Rebbe's 120, you're saying that there's an expiration date. because people lived 120 years, what you're making a big announcement is that it's over, that it's finished. Why would someone that screams that the Rebbe left, why would he advertise that there's 120 years? 120 years is seemingly an advertisement that it's finished, that it's over. Ge'endek, we reached, a people live 120, we mezok, zo'leven bis hundert en tzfanzik, and ge'em finito, it's over. So I told him, it says about Moishe Rabbeinu, tefilah le Moishe Isho Aleikim, that ain't no chanami, the Teva de Ish, lep bis hundert en tzfanzik, but from now on, it's only the Inyen Aleikim, the bleak foolishness gala. Ah, the Rebbe, when we reach 120, it's only just beginning. Whatever was until now is just beginning. We're not finishing, we are just beginning. And everything that's about the Rebbe, we're just beginning, the Ge'luim are just starting. As they say in English, you ain't seen nothing yet. whatever you saw until now is nothing compared to what's about to be nizgalef from now on. We'll talk more about this in some tremendous giluyim, but we have with us tonight the privilege to hear from the Chavra Abadatz, the Morada Asra, Kan Tziva Hashem, Eshabrocho, Harav Agoin, Rav Yosef, Yishai, Yabroin, Sufabrengen, Mite'oilam, M'chovid, Yud'alaf Nisin, Me'ev, Esrim Shono. Koronim, Burah Nisin, Versteht man allein die Mühle von den Menschen, die es mal ein Baisen ist, ist jeder. Und da redet man nicht nur von der Baisen, Nikolaev, was die Tag darf haben, ist jeder. Der Baisen ist immer der Baisen, die es in jedem Baisen ist, ist jeder, ist jeder, ist jeder. Und da semillet es gar lequel of nghĩ, und es hat sich auf keinen Fallen der Baisen Außen Jodalef nissen Taf Reis Samach Beis, Mideh Shana Bishana Vahelich um Mesef, um Mese Vahelich Baaliyah, Acher Aliah, Mechayel Al-Khoel Alachiz kamer, bekamer, beschehst mir, gefind sich in Mehe Wessrem Shana Was in Mispera Aliahs, wie das drückte Chese in Yonem von Mispera in Gewul Ich bedare ich klar und sag mir, dass es da ein Million Schlemus von Vahoyo, Yoma, Vahulu Es kamen sich vorerstören, die Gresa Aliah, was sie da Seile Meile in Elom Esseliänen mit dem Ganzen Ederi Stahlschliss Und nach lebuchet kamer, kamer, do��-Mate in Hölem Aza'agaj, Mishrohu, Yikir Bane shipset irgendwann, Obaen destruct4 Ben states studen, ne Ruby Get seemin Bane ge ess Ubayel Al-Mer Sin PSDไป im Daftuisch allem Gresa Chossid Und so gehen aigene Hergeischim Mit Biurim justべiem bin Giallofnissen Von mir sayrki גew меня порüyept Ben tallerih Brooklyn Dar Abens regeben Efe Skootze were Matemes mit ihm ist ohne Brache. In der Halloch ist ein Aufgemene zum Beispiel mit Belea. Wenn wir seine Themen dem Reben erwarten, wenn wir das Belea und der Rebbe uns gegeben zu verstehen, der Meile von Jura-Lefnissen haben wie der Rebbe die Meile von Himmeladis von Zadig Bechlau und haben wie der Rebbe die Meile von Himmeladis von Anossi bei Israel Bechlau und denn der Rebbe vonbrachend die Meile von Himmeladis von Anossi von Dier und die Meile von Jura-Lefnissen zu früh bis tammen und dann bringen die Meile den ganzen Meile und Tyler-M Champion und der noch der Rebbe weinig das Be adhesive befrost ist, attar von Anossi bei Österreich zuistan all die Meile Be Cambodia die Meile von Every 21-Lefnissen Acha der Osterli dem Je тут dem Ger hinderman wie dies am trocken wie es am Diest von Anossi nach уже in Anossi und Und die alle, was lernen, sind es und wissen, dass die Meile von Esser Zwiegers und was das meint, achedosser, bis achedosser, schebe achedosser, denn diejenigen von Asmus, dürfen sie schon so viel beherrschen, wie die Rebes, Mafli, Magdalum, Marchiv und Maimik, bin ich und ich gehe zu denjenigen, die alle aufnüssen, aufwielu, anmeh, wessen im Schoene. So, durch Dörbach, Sitten im Kubel, hat der Rebbe Gitarre ist am meisten, dass ich nicht gehe auf dem Tag und mir am Sechig, wenn der Rebbe gesagt hat, Riebui, Maamore, mach wieder aufnüssen, weil bei der Rebbe ihm das nicht gewöhnt hat, dass er gewöhnt hat, wo die Frau aufnüssen, bis sich sein thanme ﷻ hat, dass die Prefe, die die Dauer heim gezeigt hat und dass das Probably in der Rebbe ist, wenn die Bauernschläge geht, will er angehen, weil er in der Rebbe das nicht gewöhnt hat und bei der Reiking, ist der Komadı für die die Dauer, dass ichした und das nicht gewöhnt habe, war ich wie was dran, Wir haben sehen, dass der Rebbe gesagt hat, die Rebbe in meinem Montag sind, wir haben Das ist nicht die selbe Sache. 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 Das ist die selbe Sache. und er meint nach dem Ebenen, ich bin verbunden mit dem, was man mit ihm als Stoßler ist, und der Chef ist gelungen, und der Chef ist gelungen, und er meint nach dem Ebenen, Und er schaut sich zu mir, da, und er schaut sich zu mir, da, in 777, und sie sind und kommen, in die Böcher von Umertum, wie die Böcher von Möchern, die Böcher von Möchern, und die Möcher sind und die Menschen und die Menschen sollten, und die Böcher von Möchern, und die von den Menschen, der sich ihren Geogen aufmacht, ist nichts mehr deutlich. Wie kein Arab ist worden, und ich sage es, und ich sage es, wie viel mit denen sie gemacht hat. Sie haben keine Möchernuffy, und die Möchern in den Möchern, nicht nur für die juice in den Jiden, und sie sagen, dass es nicht der größere Chiddisch ist. und nicht nur jeder, nur ich, jeder, jeder, seine Hared, der Schäufer, der Mitz ist, in dieser Stadt, am ehemach, dass er noch gar ein Grässer ist. Wie das, die Gewinn bekämpfen, mit dem Judal aufnimmt von diesem Jahr. Und als er hier, hunderte Meistes, ich allein weiß, von Bachem, es haben gemacht, er rieb und er hat Lottos, das ist Lamaile mir herkommen, bei Erich, bei Erich, bei Lamaile mir erich. Bekämpfen mit Judal aufnimmt, und danach haben wir gemacht, eine sehr gute Sho Berry. Und die alle Ünungen, die ganzen Ünungen, haben Kaum, Gehweh, Erckam, Gäbel und Wachschung, und Sattakegäbel und Wachschritte, und bei Erich, mit einer Mitz, mit einer Mitz, mit einer Mitz, mit einer Mitz, mit einer Mitz und einem Ratschnung, und einer Mitz, mit einer Mitz und einem Reben, ist bei Loschen Orab. Und nicht immer, weil wir glaube ich, dass die Ünungen nicht nur, aber bei Luschen Orab, die sich die Ünungen anweschtung, und in der Tschechheit, den Schiffen des Nissen, das Altos Magdottom, "'ne Zeit bis zur Hölle und zur Rek' "'wann sind gar nicht so, dass wir uns dazu gehen?' "'Wann sind wir noch geblieben in Galus, "'und was noch wegen der Galus ist in Galus.' "'Der Seine, die Ekerin und die Ethische, die in Galus, "'de Pen assemble ihre Begrön, "'durch dich allein, was du da bemerkst, "'nicht die Duxen, was du da bemerkst, "'wenn der Melech Grofe kommen und nehmen "'Duxen, verbringe die Duxen Shebetai, Aber wir sind auch von den Klubben, von den Begrüßen, von den Begrüßen, von den Begrüßen, von den Begrüßen. Aber im Endeffekt, ist die Meinung nicht an die Schöreien, sondern auch nicht an die Hatsache mit dem Schörelen der König. Die Recher ist ein Zehn, Das ist die Eker, das ist die Eker, das ist die Eker, das ist die Eker, und das ist die Sache, was der Rebbe sagt, Und das ist die Sache. Wir sehen, dass wir das ganze Ratschen und Mädels sehen, dass es unser ganzes Ratschen ist. Und nicht nur auf der Tür mit zu, wie wir essen. Und wir sehen, wie sie alle fnissen. Und wir sehen, dass wir eine Maske nehmen. Mädels werden wir lernen, ein paar warme Wörter. Und wir werden ein bisschen auf einem amerikanischen Steiger. Und wir werden sich ein bisschen anwärmen. Und dann, wenn wir sich verküllen, gleich nach der Maske nehmen wir das rein in die Frise. Auf dem ganzen Abküllen. Du hast mit dem Tag gekämpft. Und das, was der Rabbi gewollt. Und das, was der Rabbi will. Und das, was nicht geht zu uns. Und das ist, dass wir alle fnissen. Zusammen mit den anderen Jungen. Was hat er aber? Darfst du doch die anderen Jungen annehmen? Und die anderen Jungen annehmen. Ja, dann kommt mir zu, zu dem. Und es macht, dass der in den anderen Ehringern mehr bequen und mehr befehl. Das ist auch unglaublich von den meisten. Und die Menschen, die Menschen. Und die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen. Und das ist auch ein bisschen was. Und wenn es ein Ratsch ist, der Rabbi sagt, ich gebe das immer zu jedem von euch. Und tut alles, was ihr kennt. Hat er sich erst gesagt, Beschluss von Äthera. Und dann, wenn er gesagt, Es gibt alle Unionen die meisten, die nicht die Töpfel. Es ist die Töpfel, eben das steht für sich, eben das ist durch und mit der Gewinner, dass ein Geh soll sein, Gula, nicht das Schlimmer, dass bei uns alle ein Herz kommt, die Teine und die Tue von Admosai, und bei uns ein Herz kommt, die Zeige und Tue und bei Kostos und nach Tore nach Rose von der sicheren Beisnissen, finde ich hier ein Mehlach. Und bei uns ein Herz kommt, dass ein Geh soll sein, Gula, mit der Schlimmer Pehl und nun malmisch, und malmisch, wie die Englischte das stehen, was man jetzt nennt. Das ist die Aufnissen. Wenn er geht zu dem Kapitel, dachte ich, mach ich sein, wenn ich ein bisschen nasschen muss. In dem Kapitel von einem neuen Kapitel, was man fangt an zu sagen, was man öffnet, hat er sich nicht so gut, do ich mich nicht ganz entschuldigt, dass ich dich nehm kann, was die Arme aussehen. Und wenn er das so gut ist, was ich nicht so gut kann, was ich nicht so gut, wie es nicht so gut, nur ich mich nicht so gut. in dem, wie es geht, die Empirisch, Rache, was er ist, es schütte, soll Mikra, Alkapanen, wie das ist in Novi, und in der Name der Medriche, das sie gewinnt, der erste Kapitel, was man gesagt hat, von den 15 Schirr am Alles, der Gama ist in Seder, der Xuvium, wie das da, der zweite Kapitel, und sie besagt mit Schirr am Alles, und es ist der Ruf auf die Treppe, mit dem Schirr am Alles. Dennoch aber, die Funnen, die Interessante sagt, sie von den Jede, die Gästen an Rav Kapach, und die Rebbe, die sich mit dem Schachstark benutzte, und er hat die Rezgele, die Ksavjad, was er gefunden hat. Er teinten, die Ksavjad, das muss man nicht mit dem, die Ksavjad, aber das hat sich dort gedreht, und die Rezgele, die Ksavjad, von der 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 Ksavjad, und er sagt, Eich, er stellt sich auf dem, was Schirr am Alles, da steht Schirr am Alles, und er machte mich, er teinten, aber da steht Schirr am Alles, und da ist er gewendet der Letzter Schirr am Alles. Es der Teichn, der selber bezeichnet sich, was der Rufschutz ist der Letzter. Und er hat die Ksavjad, auf der Derech Adrush, die Derech Adrush, und man sollte hier, das die Ksavjad, die Derech Adrush nir, die Derech Adrusha nicht sollen, was die Mischer sagt, dass wir die Zuke, als die Tezwa of Meilis, und er sieht nach dem Ksavjad, auf einer steht der Luschad, dass das Tezwa of Meilis, jedem von der Israel, bis jetzt er so ein Schirr, und dann steht der Luschad, dass das Tezwa of Meilis, ich denke, es ist welches, aber es geht darufen, es ist Israel! In der Schalz, er geht da auf die Treppe, und er geht da auf die Treppe. Und die beiden anderen haben geschossen, wir stehen dort in Bescheher. Einer steht in Klisch, einer steht in Klisch, einer steht in Klisch, der Tag hat dieses Willen teitschen. Als das war, hat nicht schon der Levin gesungen, und er hat Bescheher gehört, wir haben die Israelis gesagt, die steht am Alisten. Als Uli ist schlimm, als wenn, als wir es kennen, der erste oder letzte ist, wenn sie von unten anfangen, sie anfangen, von unten. Hier, ich sehe mit allen Populen, das ist der Schirm alles von Essayene, das ist der erste, das ist die letzte Sache, das ist die mittelste Sache, das ist das Seiba-Aliu und Seiba-Yerida, der innen von Essayene in der Hohre, wie der Rebbe bringt auch die Medrisch, und der Medrisch sagt, dass Essayene in der Hohre meint, das ist der erste Ort, wenn sie kommt der Esi, von Melech HaMashiach, und das ist der Hohre, der Vermahnen, alle Hohre im Rägel im Wasser. Was mir haben da, sehe ich, wenn es ein Herr, in der Hohre, der im Wasser nicht mehr steigt, in der Hohre, der in der Hohre, nicht mehr, und ein Kohl zu essen, man mir gehört, die große Waffe mit dem Wasser, was er ist, er hat uns angesagt, und er hat uns angesagt, und er hat uns angesagt, dass er immer leasingen Molache Lechäyeg, und er hat geschlagen, gestanden, in der Hohre, bei Samigdos, und er hat uns angesagt, die Gäste von einem Hygiener, der Gulaschem, und ich habe die ganze Zeit Gulaschem und Gulasen und die Hygiene, ich habe die Malaschien angerührt. Und wir kennen schon andere in einem Mann in der Gula, all der Rhegianum. Nicht nur die Pirischen Rhegianum hat sich angeplagt und angemutzt und in die Friede gebrannt. Und gesagt, das ist ein jemalser Schiech verpasst. Und gesagt, das ist ein jemalser Schiech gebt, ey. Ich bin fast, mich gefühlt in diesem Kapitel. Und sie da, die Bakasche und die Scheile und die Teine und die Tvieh und die Saka, was alle fragen, die ganze Welt fragt, nicht nur Tmimim, Talmida, Tmimimim und nicht nur Balabatim und Schluchim und nicht nur Anasch und nicht nur Klal Israel, die ganze Welt fragt, was wird sein, Mejai in Jehove Jezri und alle wissen, dass es nur da auf den Ruf ein Teretz und der Teretz hat mir gehört von der Hore und von Melech am Gesheich und die Teretz ist es, mir immer weihe, es ist schon ein paar Jahre und es ist eine sichere Sache, dass es Lohianne und Lohishen und Shem Israel und Adishem Shem Recha und Adishem Zilcha und Adishem Yishm Arzeesho und Echho, es ist eine sichere Sache, dass wir den Kirch von dem Reben bekommen, wo es sich zulegen zu tun, weil wir nicht von unseren eigenen eigenen Egen sehen müssen, wenn wir uns mit den Reben schauen wollen, die sich auch mit den Reben schütten, wenn sonst noch andere Kirch in Indien und Svaro und Meholz haben und ich da in Jura leiffen, Menschen sitzen zusammen mit den Reben und die Hörn der Reben wieder auf und die Hörn der Jura leiffen, die Hörn der Jura fassen und die Hörn der Jura leiffen, die Hörn der Jura leiffen, und hören die Mäume von Judalifnissen und sehen sie noch einmal schauen auf die Lichtergegen von dem Reben und Lira ist Pnei Malkainu, Vahabeid Pnei Mishichecha, Mogi Nei Nur Eilikim und sehen das Begula mit der Schlema, das darf man Erreisen von dem Judalifnissen verbringen, dass keine andere Sache geht nicht an, die alle Sachen, was sie da bei Armen am Melch, was man kann sich verkaufen von dem, aber schaß mit Städten im Chedrchizeni, unser Glanz, unser Lichtig, unser Freilich, unser Gewaltig, dass du reiche Verbrengens, reiches Siches, reichem Amorim, la hafdl gute Maske, Geschmacken verbeißen, Beruchnis Alkabonim, die alle Sachen, es nischt ne Gehen, man soll nischt ne Spohr werden von dem, man soll reden wie ein Onni, was weiß von Gornis, nor Lufnei, Havaii, Yisbich Sichei, mir will nischt keine andere Sache, nor dem Reben allein, Ritzenenu, liris es mal Keinu, Ritzenenu, liris es mal Keinu, bepeil, Mamesh, begolui, wie er es Geil uns alle, Gules Eilom, ich hefst, ob sich da verreden, verdarschend, ob das eine ähnliche Sache, das in der Geil bepeil, und nicht, das soll sein, der bepeil, Mamesh, wie die alle Fnissen, und das Einpflanzen bei sich im Kopf, und an Herzen, und Liebe, Polig, lechol Scheifen, und am Achschabet über Meisse, und an Herzen, einpflanzen unsere Kinder und Kindskinder, lehmann, te sapbe, boznei, bincha, owen, bincha, az mir, hobben, agresen, Reben, und er ist Mannig, bepeil, kol Anshadair, wo mivel nem sein, gore, goren, gichen, betekev im Yad, Mamesh, uns brengen zu der Gula, mit des was Schleimer, naum, Mamesh. L'chaim, l'chaim, jifrach, bei Yom Of Tzadik! L'chaim, 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 mit des was Schleimer, 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 Vielen Dank. 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 Thank you, 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 Can... How do you achieve it? And the answer is that You have to get rid of them slowly but surely. You can't just all of a sudden walk in one morning and say that you're waging war against them. That's not exactly going to work. However, slowly but surely, befriend yourself with them, go into them, find out who is running what, and slowly but surely, sort of once you become friendly with them, you'll be able to achieve your objectives and your goal. As a matter of fact, my friendship with the people at Hebrew Union College led to the fact that I was brought in, allowed to go into what they call the rare library. They have the largest Jewish library in America, or in the world for that matter, and they have, in addition to the largest library, they also have a rare library, a place where there are only, you know, Sorim or Kisve Yad that nobody really can get to it, nobody can see it, nobody can nothing. Through my friendship with the chief librarian, I managed to get in to the main library. Not the main library, the library that's sort of concealed, that nobody really, outsiders, can get in there. I found a couple of Ksavim that to me looked very interesting. It definitely looked like from one of the Rabbeim, and sort of, I called Binyomin at the time, Binyomin Klein, and I asked him if the Rebbe has these Kisve Yad. And Binyomin said to me, I don't know, but if you really want to find out, you should call Rabban Chitrik. He's the one that looks after all these kind of a Kisve Yad, and he would be the one to know if the Rebbe has it or not. Well, I called Rabban Chitrik. And the bottom line was that the Rebbe did not have it. These were Kisve Yad from the Marash and earlier and the Rebbe did not have these Ksavim. Well, like we made sure that those Kisve Yad are going to end up in the Rebbe's hands. So slowly but surely, again, through the subtle friendship that we had there, we're coming to the highlight of the story, what happened tonight, the Rebbe got the Sforim, the Kisve Yad. The Rebbe was very appreciative, obviously, of them. And in some of the Bichlech that were printed as a result of these Kisve Yad, the Rebbe put in the Ha'oriz where they came from and how it got to him. But as Rabbi Afton said, that's not the bottom line. The bottom line is that when the Rebbe told me on Yechidis that the Tzemaq Tzedek got rid of Lilienthal and he wants to end up with the Eimiklech of Lilienthal, Boruch Hashem, it happened today. A few years ago, a few years ago, Hebrew Union College, which is what they call the big college. The biggest joke of the whole college is from the millions of dollars that it costed them in a budget, the millions of dollars that it costed them in a budget, they only had maybe eight rabbis that were being ordained, half of them Shikses and the other half Japanese Goyes. So that was their big achievement. Thank you. So a few years ago, they were on the threshold of bankruptcy. Unfortunately, the Jewish Federation bailed them out. In other words, they were on the verge of bankruptcy, but the Federation asked them what they needed to get back on their feet. They, I guess, told the Federation, and the Federation gave them that money and put them back on their feet. So another few years went by. I was a little disappointed, but what can I do? Finally, finally, after these few years, this week, and particularly tonight, they just closed down. Period. There is no more Hebrew Union College. At least in Cincinnati. But that is the where all the and all the misleaders, as the use the sometimes by that they were misleading their so to speak, and in essence, they were of people who thousands and thousands who could have been from chassidish otherwise whom the Jews got carried away and miscarried with them. However, at this point, there is nothing more to talk about. They no longer exist. The Federation is not putting them back on their feet. The Federation is not putting them back on their feet and the Rebbe's words do not go in vain. When the Rebbe said that he wants to finish the Mohammed with the Ein Eklach of Lilienthal, that finally happened and when on the Rebbe's birthday. I just want to add one little thing before I close. We're celebrating a birthday of the Nosi HaDeur. We're celebrating a birthday of the leader of Cloud Yisro. And if the Rebbe is called Reish B'nai Yisro, Rebbe, Rosh HaTavis, then obviously his chassidim are his hands and his legs and his body who carry out his missions. So there's a direct correlation between Rebbe and Chassid. And therefore, if today we're celebrating Yud Aleph Nissen, the Rebbe's birthday, we are not celebrating only the Rebbe's birthday, but we're celebrating our birthday as well today. So may the Almighty help as we heard earlier that we should be able to see the Rebbe in the in the in the in the in the in the . Meiai, Meiai, Njodoje zray, zray, meim ashe, Moisei Shamaim, Shora, meim ashe, Moisei Shamaim, Shora, hei, a-shem, Yishmorchom ekolro, ha, hei, ya-ya-ya, Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Sing louder, you sing very loud. 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 You sing very loud. Sing louder, you sing very loud. 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 Musik 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 Ş J J J J A N J J J Rabbi Wolchanski Rabbi Wolchanski Rabbi Wolchanski Rabbi Wolchanski 120 years ago, 120 years ago, was the Neshome of the Shvi'i who is called and set to bring came down into this world, and we say it about the Geyel Rishon, and this is by the Geyel Rishon, and this is by the Geyel Rishon, Geyel Rishon, 120 times on every Yemeladis, the Geyel Rishon gets to be stronger and stronger with Ha'i Chodosh Shalei HaYemel, and at the 120th year, it is the Shlamis of Geyel Rishon, the Rebbe set up to Bimigali Alekuz Bo'elum, and the Rebbe is citing Geyel Rishon, 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 and the Rebbe is citing Geyel Rishon. When we look around, in simple words, to simply think of where we see the Rebbe, Uysfirin Dominion, from Moshiach, from Bremgen, Geyel Rishon, and the Rebbe. Let's for two minutes think for a minute. We lived through it. Those of us that are older lived through it. The Rebbe says in Tanya, that when the Rebbe searched, it is difficult to scream above everybody. The Rebbe says in Tanya, that the Rebbe saw that he cannot create the world between, he has to be Meshat of Midas HaRachamim. So the Midas HaRachamim is the Geyel Rishon that comes in the world, to the Mefasim, the Tzaddikim are showing that there is a Lishon Bo'elum. And the Rebbe, we know that what the Rebbe said to the Feerik, the Rebbe, about being Mefasim, the Rebbe's Mefasim Bo'elum. I want to tell you something from my personal experience. I'll tell you a story. It's a very interesting story. And usually people like hearing stories. I do say in French to please sit down. Est-ce que je peux demander à Meshat HaRachamim de France que vous asseyez, s'il vous plaît, essayez de comprendre autant que vous pouvez. Mais de toute façon, de toute façon, un peu de respect pour le Rebbe. Maintenant, c'est le Bishmaedrish du Rebbe. Et il y a un Seyed, je vous demande un peu de respect. Pas pour moi, mais pour le Rebbe. I was in Yeshive in Brinoa. I was a young bocher. And I heard for the first time in my life a story that Bidiha, a bocher told me a story that Bidi Dei Havav Ubede v Rebbe. And he told me a story like this. He came for our Shabbos to Brinoa. I remember what week it was. It was Shabbos Baal Aizcho. And I sat down to learn with him a secher. And he tells me the following. He says, I had a correspondence with the Rebbe. I said I had correspondents with the Rebbe but the Rebbe didn't answer me on my last letter so therefore the correspondents stopped now he's my age, 17, 18 years old and I'm trying to figure out a correspondence with the Rebbe so obviously I wanted to know what the correspondence was all about but he told me a story he says his father is a businessman in Antwerpen and he works with diamonds and he got very, very sick to the point that he couldn't do any job, any work he had to take him out of yeshiva and have him try to run the business obviously he did not run very well and his medical bills were also skyrocketing they were on the verge of total, total, total disaster he says somehow he met with Al-Abavich and Al-Abavich told him to write a letter to the Rebbe and he says what am I going to do? what can the Rebbe do for me? but eventually he spoke to his father and his father says look, why not try anything? so they wrote a letter to the Rebbe he sent the letter express and he got back a letter from the Rebbe this is what he told me the Rebbe's letter said to go out to the baggies or whatever it is they have where they sell the diamonds on this particular day the Rebbe gave him a date when you should go out there and the Rebbe told him to try to borrow as much money as he could and to buy a particular item that was selling there the Rebbe gave him a time, a place, and what merchandise to buy it was very interesting he says he came out on that day he sees the item calls his father, he says, and his father says you know, doesn't look like a bad deal why don't we do it? and they did it and he says they bought it and they were able to sell it to pay off all their debts divers he says how in the world did the Rebbe know what's going to be in the baggies in Antwerp? I cannot figure out how did the Rebbe know? so in the next letter I wrote a letter to the Rebbe I thanked him and I asked him maybe he'll tell me how he knew and then the Rebbe didn't answer me and this is how our correspondence with the Rebbe stopped I'm sitting there just blown away and he says to me until today I can't figure it out how did he know what's going to be in Belgium on a couple of days later trying to explain to him that I read some lump exactly the same way I asked him if he has that letter and he said no because he was in Krakabad he was there for Shabbos and he told the host the story and the host asked him if he has the letter yes and he had the letter on him and the host asked him if he mind leaving the letter with him so he gave it away to his host so somebody in Krakabad has that letter that was then but you know something he wasn't the only one people did not believe as he can what's today and let me tell you a story that I just heard a couple of weeks ago again it's a story that's not known my son lives in Phoenix, Arizona and he was at the airport and there was a lady there with her family he was with his family the lady was with his family she says let me tell you a story and it's a very interesting story because it happened around this time right before Pesach so the lady says I was a young girl it was in the year Toph-Shin-Hoff base we lived in Crown Heights on President between Troyes Connected and she says her mother was preparing for Pesach and she was scratching between the cracks in the floor to try to clean out the Shiddah B'Khametz there unfortunately as she was scratching it with a knife the knife went straight into her eye a bath of blood he somehow put up towels whatever it is and they stopped somehow the bleeding and basically it says there was at that time there was an eye doctor lived on President between Rogers and someplace so they ran to him they came to him took off whatever they had there and he looks and he says there is too much blood I cannot see anything I cannot tell you anything but the one thing that I have to tell you there is absolutely no chance that she'll be able to see without eye come back tomorrow but there is absolutely no chance that she'll be able to see without eye she says they went back quite quite dejected feeling quite bad and as they passed by on President by the Rabbi's house they see the Rabbi walking up the stairs to his home she says here is my chance she started running and she went up to the Rabbi up to the stairs the Rabbi had this key already in the door opening the door and she stopped the Rabbi and she told the Rabbi this story this is how she says it the Rabbi fought for a minute and told her don't worry everything will be fine so she felt much better the next morning they came to the doctor the doctor takes off the bandage and he says what did you do to this eye he says I did nothing this is the bandage that you put up yesterday he says that's not the eye that I looked at there is nothing there what happened so she told him that the Rabbi gave you the broche and this is what the doctor says oh Rabbi Schneerson medical protocol does not exist this was then for people that heard but this wasn't what other people heard about how the world believed in Gilead the Christian so while she was sitting there telling this story there was another lady there and she says I cannot say that I have such stories and such connection to the Rabbi but I'll tell you about my story she had a big problem and she needed direct so she said she went to the and she wrote to the Rabbi and she asked somehow that the Rabbi should help her and she says I walked out to the next room where they have the video and the Rabbi gave me an answer to the question that I asked now this is some matter of factly matter of fact she came in she asked the Rabbi for directives and she came out and she had the answer that's not much of a story this is basically what happened in the Neon Evangelion in the Maver we're going to Pesach I had a very very sophisticated person a doctor came to Morristown once he was going to make a deal of millions millions of dollars he came in he was full of himself and we're sitting there it was shortly after Gimel Tamuz and he says you know I don't want to repeat everything the Bible makes too much of the Rabbi and I want to tell you something he says tell me how many times has Moshe mentioned the Hagode I didn't think about it so then he says you know what Moshe Rabbein is not mentioned the Hagode you know why because the Rabbi didn't because the didn't want people to make too much of Moshe they wanted to make of the not of Moshe so I said to him wait a second wait a second wait a second there is one time that Moshe is mentioned in the Hagode and this one time is enough to tell you that you have who has money in Moshe has money in the Moshe that's enough and then I heard he says there is a Rambam a very interesting Rambam the Rambam says when it comes to the Seder you have to tell your son you tell him beware abodim and you point to the Abed and the Shifra and you say beware abodim like that this is if the son is but if the son is a then you go ahead and you tell the story took us out of Mitzrayim if you are a you say this is what the Rebbe brought in today everybody will see and when it comes to the yes of seated any of things that nobody knew about today it's so much that they think it's not coming from seated on a can in every single way and this is something that is basically what the Rebbe has where is this coming from and how are these coming from so the Rebbe gives us and gave us and gives us a gift that we could say none of the Rebbe gave us before the Rebbe and he explained that it's a sikh in l'kut sikh Yosef says to his brothers and here we start and we start on and the Rebbe explains but this is something that Yosef is giving to every single Eden but then was Yosef to be able to turn Mitzrayim around that's only Yosef's and he doesn't just give it to anybody he gives it to schluch him if you do that it's your schluch because when a Yid comes to another Yid and tells him put on film while the Rebbe had me geschickt is the Rebbe the Shome right to sein the Shome and the Verherte I tell a story that I heard this two stories that are beyond a schluch told the story he said he got a telephone call in his Chabad house and somebody asks him he says I'm a Jewish person because I was born to a Yiddish a Mame but he went and for years and years and years he lived and now he says he wants to come back please tell me what I have to do to come back he didn't get a name but he heard that this is a rabbi so he says rabbi what does he have to do to come back and obviously he told him what he has to do and then he says please do you mind telling me what happened and he says I traveled I was riding in my car and I saw a car with a chanukim and I and I felt that I have to go back the chanukim and that anybody who has put on has talked to the nefesh of that Eden and made him come back after I told this story about a chanukim and a young German a shliach who lives not far from there said let me tell you a story he has his chabad house and he has his own home chabad house he has a big men and then he was thinking why not put my men next to my hub there is streets from all over he put up his men says two days later he has a knock on his door she said rabbi I have to tell you something she sold him and something nagged at her she didn't know how to explain it she said she goes to and something nagged at her she said she went to her mother and told her mother what is happening please baby you could explain it and she says her mother broke down and told her I am Jewish you are Jewish this is a person seeing this is the case that the rabbi is giving us that the rabbi is putting in Mitzayim because the rabbi talks to the Yechida of Aiden and the rabbi heard every the rabbi heard when the read will have let me tell you another story and this is a personal story I was going to the rabbit for dollars I had a two year old kid on my head and you know like children sometimes go through phases he went through a phase that whatever you gave him he would say under his breath want to he wants to whatever it was he said wants to i'm going and you know the rabbi used to give first to a child and then to the parent he gives the child a dollar and the child under his breath says one two i'm the father i'm used to it i heard it the the rabbit takes another dollar and is trying to give it to him who was standing there trying to make sure that everything is going fine pushes my hand that i should pay the dollar i knew that the rabbi wanted to give the dollar to the kid and he pushes my hand finally what should i do it seems like this so i put out my hand the rabbi went over my hand and gave it to the kid a kid said i want to and the rabbi hears and the rabbi told us that each one of us has a kid within us who wants to when you go over to haid and you tell him to do a mitzvah he wants it and because of this mitzvah he wants to he wants to and we should know that this is what the rabbi is telling us and this is what happens every single time we go over to a Eden and we do what the rabbi wants it 120 euro of Gile le kuz bo Eilon aber der rabbi hat gesagt er hat noch nicht ausgeführt was er darf ausführen auf Hessen ist noch der rabbi gesagt er hat noch nicht ausgeführt und Rahman hat gesagt alle alle aufzuhängen die alle gelohim aber es ist nicht das zu schwer über zu sagen die lachen was der rebe hat jemand geniet 120 years and we need the rabbi down here le matter so the rabbi gave us the schuss the rabbi gave us the meire megoim the schuss of being his regal sheish me yel salaf ragli ho omash ranechi be kir be chuch heish o moshiach merachefes merachefes in the strongest 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 way but we have to make it happen so let me mention it on a big 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 point and demand has come out where coming the light came with that tremendous tremendous idea that when it comes now a hundred twenty year the slimmest of the rabbins chai is to uns and to the ganze world let us write again that we are me kasha ourselves we malchus name dem rabbins malchus on it to do and try to do better than what we could do you know who the rabbi said it to bibi netanyahu passed by the rabbi and the rabbi tells him our sheikh is not here yet so he says we try so the rabbi try it's already in the afternoon of sunday and he is not here so obviously you don't try enough obviously there is not trying enough obviously there is not trying enough because otherwise we would see the so on this tremendous day on this day of in the highest levels to see the Moshiyach and the body and the body and he will and we will we the Moshiyach and love and love and love and and love love and with our Lord to all and Ja, wir werden jetzt singen von der Republik Spassade. Dann werden wir hören, von der Maschpia 770. Jaja, wir werden jetzt singen von der Maschpia 770. Die Maschpia 870. Die Maschpia 970. Die Maschpia 970. Die Maschpia 970. Die Maschpia 970. Musik 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 Now the Maimer. And again, everyone should help. Kindlich unter dem Tiefen im Garten. Und ihr seid mit den Zeiter, denn es sagt, dass ihm die Medizia, die Menschen wie ein Tag für einen Tag beurteilt. Und das steht bei der Zertiflung der Mitzwege der Mitzwege ist, dass er mit der Mitzreih. Aber die ganze Zeit sagt, dass er mit der Mitzwege die Menschen etwas mehr als eines Tages berührt hat. Und wie sie steht bei der Mitzwege von Sekir es zu sich mit Zertifler. Und wenn er auf die Mitzwege erklärt, dass er die Mitzwege mit ihr, dann geht es, dass er mit einem Quär woanders geschieht und dann geht es also, was das Kinderer. Es ist gerade das Punkt, also wenn bei Yitzis Mitzrayim also wird es sein lassen Lowei, jedoch nicht verstanden, dass es immer wieder bekam und bekam es in Besuch ihm und mit Roshel Chazal. Aber die Gehul, dass sie die Lowei mit dem Heir ja meine Omen, aber die Menschen, die keine Wetter sein, die Gehul der Schleimhaväß. Ein anderer, der Gehul ist, dass die Gehul der Neile Jesu von Yitzis Mitzrayim ist, aber sagt man, aber wie gesagt, man sagt, dass es bedeutet, dass die Gehul der Neile Jesu von Yitzis Mitzrayim und die Befraglichen leiden der, dass ein Maske mit Yitzis Mitzrayim und auch viele Leute der, die halt, dass wir sie Maske mit Yitzis Mitzrayim und auch da dürfen, aber dazu haben, auch niemand mehr Juche. Ich habe doch nicht verstanden, wie kann man sagen, dass es bedeutet, dass es bedeutet, was von dem, als es eben ist Maschmer, also noch mehr, dass die Yitzis Mitzrayim ist, dass die Schäden schon in der Schule und das, was sie dann mit Yitzis Mitzrayim und das, was sie dann mit Yitzis von Yitzis Mitzrayim und das, was sie dann mit Yitzis Mitzrayim und die viele experiences Dasować wie ein oder was sie dann mit Yitzis Mitzrayim auch nicht mit Yitzis Mitzrayim und das, was sie dann mit Yitzis Mitzrayim auch nicht so verstanden. Also, dass sie das ja nicht mehr nicht mehr so verstanden. So, dass sie nicht mehr so verstanden die Backlade der Neile Jesu von Yitzis Mitzrayim oder auch die thremen Was der Bihau innen von den beiden Sachen ist, dass es bedäume. Und von der zweiten Seite wird sein Niflois a filo be-ehrach Zizis Mitzrayim. In Zaloshen ha-kaboli sich jedoch, aber in Schaas Zizis Mitzrayim hat er gedacht sein, die Zierer von den nunen Schooren, die Chamishim Schooren von Luhumazer. Und er fahrert sich gleich angefangen in den Innen von Zvirus Ha-eim, was jeden Tag gebt in der Reis von noch ein Schaar von Luhumazer. Bis, was das wird aufgetan durch den Ruf, was mismamschen von den Chamishim Schooren von Luhumazer. Wo der 5.10. hat es, dass es 50 Mal dem Mann der Mänie von Zizis Mitzrayim genäge den nunen Schaar von Luhumazer. Und in der Mänie von den nunen Schaar von Luhumazer kann doch sein bekam Eifanin. Es ist da, den nunen Schaar von Luhumazer, wie sie kommen auch ab bei Islabschuss in Malchus. Mit Zitri der Juvla, dennoch ist da, wie die nunen Schaar von Luhumazer sind, wie sie kommen auch ab bei Islabschuss in dem Schaar, nun, was das ist Kessar, und nachher im Primis auch Kessar in Atik, wo das der Kielik zwischen Bajashi Zizmitzayme, das gewähnt wird, wie das jetzt bei Hamschoch in Malchus, was irgendwie lasst, dass es sein, in den Eifen, wie die nun Schaar von Luhumazer sind, wie sie kommen auch ab bei Islabschuss in Kessar, und nachher, wie es steht, wenn es geht zum Schaar von Luhumazer. Was man auch, was steht beim Mischach, geht es auf Primis Atik, und wie er sagt, im Prietzheim, dass alle Giluim, bis Luhumazer Luhumazer sind noch von Kitzönis Atik, und er ruft auch von Luhumazer Luhumazer, und da muss es sein, die Gili von Primis Atik. Aber von deswegen, eiche Bajashi Zizmitzayme, doch gewähnt Giluim Neilen bei Jösser, und geht über der Ebene, schmiss jeden Teilstopp, und dann lasst ihn nach Goder. Und es wird sein, und es wird sein, ohne Islabschuss in Alavusch, wo leihikonner feit mirrecha. Aber ich sehe, dass ich verstehe, was man kennt mit Dammazayn, von Luhumazer Luhumazer, zu der Gehüller von Mitzrayim, die Schei Leisa, aber was darf man das mit Dammazayn, was kommt zu, und befragt noch, leit dem Deer, was halt. Als Maschirin Zizmitzayn, wo leihikonner feit mirrecha, was hat es anot zu Maschirin Zizmitzrayim, wie walter Dermot, oder doch sein Hech Reunionim, wo leihikonner feit mirrecha. Ist der bibelzef, haste Anregleidem, wo die Friedrich Rebbes, mewain dem Eime von Kimei Tzis, hoffen tofischen Ches. Als in dem Inium von Kimei dos, was die Ilui von Eizis Mitzrayim, is, wo Dermot, sie gewöhnt der Pesuchis hat Zinner, zu hochgeven, die Zinner ha Gehüller. Auf alle Ineionim von Gehüller, von aller Goli, bis, eichert zu die Gehüller hasse, Ich bin nicht so nach vorne. Amen. 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 Amen.